Er war einer der bemerkenswertesten Bremer Autoren des 20. Jahrhunderts, Friedo Lampe. Die Ausstellung in der Universitätsbibliothek Bremen zeigt das Leben und die Werke des Autors. Entwickelt wurde sie von Johann Günther König, dem Biografen von Friedo Lampe. Die Texte von Friedo Lampe sind zeitlos, wie gute Literatur zu sein hat. Die können Sie auch noch in 100 Jahren lesen. Sein erstes Buch, Am Rande der Nacht, erschien im Herbst 1933. Wenige Monate später wurde es durch die Nazis verboten. Im Buch thematisiert der schwule Autor die Lust zwischen zwei Männern. Er bringt die Homosexualität ins Gespräch, indem zwei Ringer miteinander sich austauschen, wenn man so will. Das muss man aber selber lesen, weil es sehr spannend ist. Es ist nach wie vor spannend, wie er thematisiert, dass Menschen gleichgeschlechtlich sind, aber in einer Umwelt existieren, die das eigentlich nicht will. Seine späteren Werke sind in der Formulierung vorsichtiger. Der moderne Schreibstil aber bleibt. Noch bis zum 8. Januar kann die Ausstellung besucht werden.